Wo kommen jetzt diese ganzen Leute her? Ah, Jan, Alter. Jause! Jause, Jan! Jause! Jause, Mann! Okay, Jan, warte. Der ist für dich, okay? Warte, ich brauch ganz kurz ne... Ich mach ganz kurz folgendes, warte. Sekunde. So, okay. Ich brauch einfach nur... Keißer, ich brauch einfach nur... Okay, Jan, du singst mit. Jause, die ist heute. Jan, zieh dich aus. Zeig mal deinen Pimmel und hol ihn raus. Ich will ihn nehmen in den Mund. Jan Meier ist ein dummer Hund. Jan am Montag fahren wir zusammen nach Aachen. Produzieren den Jause-Song. Ich muss lachen. Das war sehr schlecht gereimt. Jan, diese Reims sind nicht tight. Ich bin sehr gut mit dem Akkordeon. Jan... Komm! Perfekt. So, Jan. Gibt's eigentlich... Warte mal. Gibt's eigentlich so... Gibt's hier sowas schon? Jan, denk dran. Jan... Jan, auf sowas... Auf sowas werden wir produzieren. Jause! 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 Ja-uuse! Ja-u-use! Einer geht noch. Top, top. Da fängt noch direkt Arkan hier an zu bellen. Ja, Leute, soviel zur Jause. Jan und ich fangen auf jeden Fall an. Wir werden einen professionellen Jausensong gemeinsam produzieren, Leute. Wir werden einen professionellen Jausensong gemeinsam produzieren. Soviel ist auf jeden Fall schon mal sicher. Und ich sag's euch, Leute. Disding. Disding, ja? Also entweder gehen wir damit Gold oder wir kommen ins Gefängnis. Eins von beiden. Ich kann's auch noch nicht sagen. Also ich hoffe, dass das Erste der Fall ist.